Hier ist David. David ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Nachtfalke. Was? Nachtfalke? Nachtfalke. Das heißt recht spontan. David, ja, das weiß ich. David, du bist 30. Weswegen rufst du an? Ich rufe eigentlich wie in dem ursprünglichen Thema an. Ich liebe in großer Gefahr. Können wir auch sehr gerne drüber reden, ja, wenn du möchtest. Gut, okay. Also ich bin Scientology-Aussteiger. Ah. Ja. Das ist ja spannend. Wie lange warst du dabei? Ich war 10 Jahre dabei. Das ist eine sehr lange Zeit. Du bist mit 20... Wie lange bist du jetzt draußen? Also ich bin 31 Jahre alt und bin knapp 31, sprich im Januar diesen Jahres bin ich ausgestiegen. Ja, das heißt du bist ganz jung dazugekommen. Ja, genau. Warum bist du und wie bist du in diese Sekte, oder wie immer man das nennen mag, reingezogen worden? Ach, das war... In der Schule war ich eigentlich, also man sagt immer hochbegabt dazu. Aber ich war, also was auf der Basis von Empathie war ich wirklich unterentwickelt und konnte irgendwie keine sozialen Kontakte pflegen und allen drohendran und habe immer ständig nach Veränderungen gesucht. Und eines Tages war ein Brief im Briefkasten und habe den aufgemacht und das war so ein Fragebogen und ich weiß nicht, ob der einigermaßen bekannt ist, ob dem Bild vorne drauf ist. Und Albert Einstein und dazu einige Fragen und die ich dann auch alle ausgefüllt habe und zurückgeschickt habe. Und vormt kam eine Antwort, doch, dass ich mal zu einem Treffen kommen sollte. War dir da schon klar, dass das die Scientologen sind? Ich habe es vermutet. Also das könnte man auf dem Schriftstück nicht wirklich erkennen? Auf dem Schriftstück kann man das überhaupt nicht erkennen, kein bisschen. So, dann haben die einen Köder gelegt sozusagen mit den Fragen. So richtig, genau. Und ich bin richtig drauf reingefallen. Du bist hingegangen. Ich könnte mal im Nachhinein sagen, ja. Nun sagst du, du bist hochbegabt, das heißt, du bist ein gebildeter Mensch mit einem hohen Intelligenzquotienten. Umso unerklärlicher ist das für mich, dass jemand, der clever ist, sich von denen, mit den Inhalten überzeugen lässt. Wie kam das? Das kann ich mir vorstellen. Aber, das muss ich sagen, also ich bin immer aufgeschlossen gegenüber allem und glaube auch immer nur die halben Sachen und dachte mir, probierst du es doch einfach mal aus. Und bin wirklich zu diesem Treffen hingegangen und war vollends begeistert. Da waren ganz viele Menschen, die ähnlich dachten wie ich, die auch weiter vorankommen wollten wie ich. Und deswegen habe ich mich da auch dann weiter drin vertieft. Was ist im Nachhinein, du siehst es heute analytischer von der Ferne, mit was haben sie dich eigentlich gelockt und überzeugt? Mit der Weiterentwicklung meiner Persönlichkeit. Dass ich auch stärker werde, dass ich emotional stärker werde. Und dass ich auch überzeugend auftreten kann. Ja. Wie man weiß, machen die das nicht umsonst, sondern man muss, wenn man Mitglied wird, schön Kohle hinblättern. Oh ja, das kann ich dir sagen. Wie viel Geld hast du in den zehn Jahren dort abgedrückt? Halte ich fest, 30.000 Euro. Das ist eine Stange Geld. Allerdings so. Kannst du uns erklären, was man im Laufe der Phasen dann mit dir gemacht hat oder was man mit den Leuten macht? Also, anfangs kommt natürlich das Auditing. Das ist das mit diesem tollen Gerät, das man in die Hände nehmen muss und dann werden einem Fragen gestellt. Und dann wird dann so ein Pegel gemessen, wie weit man da emotional darauf reagiert. Und anhand dessen wird dann die Persönlichkeit dann weiter gefördert. Und danach kommt man eigentlich so mehr in diese Organisation hinein. Und am Anfang war ich wirklich dort, also umgangssprachlich der Tellerwäscher. Ich habe die Veranstaltungsräume staubgesaugt. Ich musste die Tische abwischen und musste Getränke bereitstellen, falls neue Tagungen da waren und allem drum und dran. Ich war sehr fleißig. Ich war immer pünktlich und das wurde dort auch anerkannt. Und so bin ich immer weiter gerutscht. Immer weiter rutschen heißt, man macht sehr viele Seminare. Ich habe sehr viele Seminare mitgemacht. Ich war praktisch süchtig, uns auf den Punkt zu bringen. Kannst du so allgemein sagen, wie sie den Leuten das Gehirn waschen? Wie sie das Gehirn waschen? Ja, als allererstes kommt wirklich die Freundlichkeit, mit der sie dort einen begegnen. Und vor allen Dingen auch, also bei mir hat das wirklich das Ganze, ja, also ich war dann auf einmal furchtbar erfolgreich. In meinem Beruf war ich erfolgreich. Ich war erfolgreich im Freundeskreis. Ich war sozial auf einmal anerkannt und alle haben mich geachtet für meine Ratschläge, die ich so hatte. Und also ich war wirklich beliebt auf einmal und was vorher überhaupt nicht der Fall war. Wir merken schon, es ist immer schwierig über Scientology zu sprechen, weil das ist nicht so einfach und so schlicht zu greifen wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Da kann man ein paar Schlagworte sagen und man weiß genau, was da los ist. Was ist für dich das Gefährliche an dieser Ideologie? Erstmal, dass das letzte Geld einem aus der Tasche geraubt wird, natürlich. Und zweitens, dass man irgendwann völlig diesen Wahn, also man wird kalt auch irgendwann. Also man wird wirklich zum kalten Geschäftsmann. Um was geht es? Geht es nur ums Geld? Man geht über Leichen. Diese Organisation ist so orientiert, dass du auch irgendwann beruflich erfolgreich wirst und dass du mehr Geld verdienst. Was wahrscheinlich nur zum Endziel hat, dass du denen mehr Geld geben kannst. Nun nennen die sich ja Kirche. Das heißt, man glaubt da auch in irgendwas. An was glaubt man? Oh, das springt jetzt den Rahmen. Das hat jetzt was mit dem Titan zu tun und ich glaube, da müssten wir noch eine halbe Stunde weitersprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Abstand immer von dieser Mythologie, die Scientology umgibt und die L. Ron Hubbard festgelegt hat, mich immer ein bisschen davon entfernt habe. Weil mir ging es wirklich immer nur darum, dass ich meine Persönlichkeit weiterentwickle und dass ich wirklich erfolgreich werde im Leben, so wie ich es immer vorhatte. Gibt es einen Punkt, an den du dich erinnerst, als du stutzig wurdest und als die ersten kritischen Gedanken kamen? Ja, wie andere ausgenutzt wurden, die ich selber dort eingeschleust habe. Finanziell? Die nicht so stark waren, die nicht so sehr stark waren wie ich, die sich nicht so von distanzieren konnten und die sehr leichtgläubig waren und daran habe ich das gemerkt. Und da kamen die ersten Gewissensbisse, um ehrlich zu sein. Was war dann letztendlich ausschlaggebend, dass du gesagt hast, ich gehe da raus? Du, das war von einem Tag zum nächsten. Ich kann das gar nicht weiter beschreiben, das war wirklich, ich wurde immer mehr in diese Mythologie reingezogen, weil inzwischen war ich OT4, kurz vor OT5. Übrigens, diese Mythologie, Klammer auf mal eben, finde ich so albern und mir unbegreiflich, dass das Leute einfach so hinnehmen und glauben. Klammer zu, das ist unglaubliche Science Fiction, also inzwischen würde ich eher sagen, ich glaube eher an Star Wars oder Star Trek als an das, was dort eingeleert wird. Deswegen wundere ich mich so, dass hochkluge Menschen das so mitmachen. Aber erzähl mal weiter, wie es dann zu dem Bruch kam. Der Bruch kam ganz plötzlich. Das war wie ein Schalter, der bei mir umgedeckt wurde. Eines Morgens stehe ich vor dem Spiegel, gucke mich an und frage mich, bin ich ein Verrückter? Dass ich wirklich an so einen Bockmist glaube. Das ist ja erstaunlich, dass das so schnell und einfach so von heute auf morgen passierte, ohne einen Anstoß von außen. Ich kann dir das überhaupt nicht erklären, also von außen kamen da überhaupt keine Einsprüche oder sowas. Also meine Eltern wussten das und haben dann aber gemerkt, dass ich irgendwie glücklich bin und haben dazu nichts weiter gesagt. Aber du hast doch bestimmt auch viele Artikel gelesen, die ganze Presse war und ist ja immer wieder voll davon, die sich kritisch mit Scientology auseinandersetzen. Wie hast du denn solche Artikel aufgenommen? Vollkommen blind. Da war ich blind und taub für sowas, weil ich ja vollkommen überzeugt war und begeistert war, was dort passiert mit mir. Verstehe. So geht es allen Menschen, die einer Ideologie absolut anhängen, die sind immun gegen jegliche Kritik. Richtig, genau so war es bei mir. So, dann kam dieser besagte Tag, von dem du gerade gesprochen hast. Hast du dann sofort gehandelt auch? Ich habe sofort gehandelt. Ich bin wirklich diesen Morgen, ich hatte dann wieder einige Sitzungen sozusagen und bin dann gleich zu meinem, jetzt mal lapidar ausgedrückt, Oberguru gegangen und habe gesagt, so für mich ist an diesem Punkt jetzt Schluss. Lässt man bei Scientology Leute einfach so von heute auf morgen gehen? Nein. Das habe ich mir gedacht. Wie ging es denn weiter bei dir? Also, ich wurde erstmal in ein Einzelzimmer gerufen. Das war ein sehr großes Zimmer und in der einen Ecke war ein Stuhl, da saß dann mein Vorgesetzter sozusagen und in der einen anderen Ecke des Raumes saß ich. Und dort wurde ich erstmal also wirklich durch die Mangel genommen, was mir einfallen würde und wie ich jetzt abspringen könnte, vor allem weil ich so kurz davor stehe, so hoch aufzusteigen. Und es wurde nicht mehr lange dauern und ich wäre clear. Dieser letzte Zustand sozusagen, den man dort bekommt, war clear. Und weil ich wirklich eingeschüchtert war, habe ich dann gesagt, dass das auch meinen finanziellen Arm sprengen würde, diese nächsten Seminare, um clear zu werden. Und da wurde mir noch nahegelegt, dass ich doch meine Familie anpumpen könnte oder meine Freunde oder Bekannte etc. pp. Und da habe ich gesagt, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich habe mich dafür alleine entschieden und dafür werden nicht andere blechen müssen. Wie lange hat der Loslösungsprozess dann gedauert? Der dauert immer noch an. Wirst du von denen bedroht? Ja. Ja. Immens. Ja. Was machen die? Also, anfangs war, also kurz darauf, ich muss dazu sagen, meine Facebook-Freunde haben sich sofort um die Hälfte reduziert, wenn nicht sogar mehr. Weil die meisten, die ich natürlich hatte, waren auch Mitglieder der Organisation, sprich ehemalige Kumpanen. Damals hat es angefangen, dann hat es mit Handy-Anrufen angefangen. Zuerst wurde aufgerichtet, dann wurde unheimliche Musik gespielt, in dem die Texte dementsprechend waren. Also, wir wissen, wo du wohnst und wir wissen, wir werden dich bekommen. Psychoterror. Psychoterror, dann wurde nachts bei einer Tür geklingelt. Also, man könnte jetzt wirklich sagen, Kinderquatsch, Klingelstreiche, aber ich bin natürlich zur Tür gegangen, keiner war da. Hast du Angst, dass die dich auch täglich angreifen? Das hatte ich bisher noch nicht. Bis letzten Freitag hatte ich das noch nicht. Ist letzten Freitag etwas passiert? Letzten Freitag ist etwas Karrierendes passiert. Nämlich? Ich saß in meiner Lieblingsbar, ganz allein. Und gegenüber von mir saß eine sehr attraktive junge Dame. Und es hat nicht lange gedauert, dann saß sie übern neben mir und wir hatten ein sehr, sehr nettes Gespräch. Und irgendwann verfiel es auch in sehr, sehr heißer Flirterei, möchte ich dazu sagen. Und ich habe mich schon langsam ausgemalt, wie der Abend voll enden könnte. Und mittendrin sagte sie ganz plötzlich, warum bist du ausgestiegen? Ich hatte ihr nichts davon erzählt, dass ich ehemaliger Scientologe bin. Also gehörte sie dazu? Diese Frau wurde regelrecht auf mich angesetzt, Domian. Gut, aber sie hat ihr keine tägliche Gewalt angetan. Doch. Mir persönlich nicht, aber mir wurde nahegelegt. Wir wissen ganz genau, wo du dich auffällst, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und wir werden uns was einfallen lassen, wenn du nicht zurückkommst. Wie lebst du mit dieser Bedrohung? Also momentan, also eher schwierig. Also jeden Abend, wenn ich hier sitze, trinke ich ein bis zwei Flaschen Rotwein und beruhige mich mit Diacepa. Da kamen auch noch andere Sachen dazu. Mein Name, also ich wurde angeboten auf einem Sklavenmarkt. Online. Von denen? Von denen. Eindeutig von denen. Von denen und sonst, dachte ich mir dann auch. Ich habe Freunde, die würden so etwas nie machen. Und es war online so ein Sklavenhandel. Ich weiß nicht, ob dir sowas sagt. Das ist in der NSM-Szene ganz bekannt. Ein Sklavenhandel. Einen Sklavenhandel. Und dann kann man da praktisch für einiges an Geld kann man diesen Sklaven kaufen und mit dem den übelsten Sachen anrichten, die man überhaupt dort angeboten bekommt. Und ich habe dementsprechend auch sehr, sehr eindeutige E-Mails bekommen. Ich möchte da nicht ins Detail gehen. Nee, nee, ich verstehe. David, dein Fall sprengt wirklich den zeitlichen Rahmen meiner Gesprächsmöglichkeiten hier in der Sendung. Das dachte ich mir. Wir haben ja gerade schon gemerkt, da waren so viele Details, die wir eigentlich hätten noch weiterführen müssen. Deshalb schlage ich jetzt vor, dass wir das hier beenden. Und wir werden dich vom Hintergrund aus nochmal anrufen. Und vielleicht, ich glaube, dass wir da doch die eine oder andere Idee noch für dich haben, wie wir dir eventuell helfen können. Auf jeden Fall, danke für dein Vertrauen. Okay. Und von Herzen wünsche ich dir, dass du aus den Fängen von dieser Sekte rauskommst. Und was wir da tun können, was wir tun können, das tun wir jetzt. Alles klar. Das heißt, du legst auf und wir melden uns gleich, David. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht, Domian. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Tschüss, David. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.